Aus! Baum! Halt! Tod, Siegtung, Schmerzen, Not- und Verdienstausfall. Sind die Quittung für Leichtsinn und Unbelehrbarkeit. Daher Wege, dann Waage. Zuerst wird die Fallrichtung festgelegt. Die Schnittlinie wird bestimmt, dann wird die Fallkerbe geschlagen. Noch einmal wird die Fallrichtung geprüft. Achtung! Baum! Halt! Holzfäller auf der Fluchtlinie zurücktreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh!